Ich bin der Adrian, er, und identifiziere mich als Transmann. Welchen Vorurteilen begegnest du denn im Alltag? Naja, es hat viel mit Unwissen zu tun. Also die meisten Menschen können immer noch nicht eingrenzen, was eigentlich Trans meint und was das überhaupt bedeutet. Das wird immer in einen Topf mit Drag geschmissen, also oft, nicht immer, aber oft. Und daher kommen einfach Vorurteile. Also für viele ist einfach so dieses, ah, du bist trans, gleichgestellt mit, ich bin Drag Queen, Drag King, wie auch immer. Und das stimmt halt nicht. Und das ist halt immer so dieses Erschrockene, wo dann Menschen feststellen, huch, der sieht ja eigentlich ganz normal aus, irgendwie nicht bunt, hochgeschminkt auf irgendwelchen Sachen, High Heels, was weiß ich und so. Ja, weil es damit nichts zu tun hat. Also das hat eher, glaube ich, mit viel Unwissenheit zu tun zu dem Thema. Und viele definieren auch dieses Trans sein, also ich werde immer oft gefragt, ob ich schon fertig bin. Wo ich mir denke, naja, was heißt denn fertig? Also das finde ich auch so vorurteilsmäßig echt krass, dass man davon ausgeht, man ist nur richtiger Mann, wenn man alle OPs dann abgeschlossen hat. Ja, oder man ist irgendwie nur richtige Frau, wenn man alle OPs abgeschlossen hat. Das finde ich immer ein bisschen schade. Also dass ich so dieses Mann sein oder mein Mann sein immer rechtfertigen muss. So dieses, nee, vielleicht mir fehlt jetzt noch eine OP oder wie auch immer und dann muss ich das erklären. Ja, aber dann bist du ja noch gar kein richtiger Mann, wo ich mir denke, naja, was ist ein richtiger Mann? Also das finde ich immer ein bisschen schade, dass man das so dran festmacht, ob jetzt jemand was in der Hose hat oder nicht. Das ist so das Vorurteil, was mir am häufigsten begegnet. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so viele für mich erlebt. Ich kenne viele trans Menschen, die natürlich mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Gerade trans Frauen haben es halt extrem schwierig. Aber ich sage mal so, da habe ich vielleicht jetzt Glück gehabt, weil mein Äußeres jetzt so ist, dass ich vielleicht in der Gesellschaft verschwimme und mich nicht mehr erklären muss, für fremde Menschen zumindest. Aber ich kenne schon viele Vorurteile zu dem Thema.